Ich hab' wer erwischt. Worum handelt es sich? Okay. Wie kann ich am besten zu diensten sein? Was? Stirn? Sag, was soll geschehen? Das Hauptproblem sind, es sind zu viele Rakshasas. Die drei Rakshasas. Bereits? Mit deiner Erlaubnis. Hm. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Wer denn vor dem Spahn? Wie kann ich zu uns? Auf, wenn ich zieh! Wenn ich zieh! Ja? Was ist los? Euer Leben ist los! Wie kann ich helfen? Okay. Zwei sind für los. Der dritte lebt da noch. Jawohl! Woran hast du gedacht? Kann ich helfen? Dein Befehl? Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. Ich bin hier! Hm? Ich bin hier! Ich bin hier! Brauchst du mich? Nein! Äh... Ja. Sah besser aus, aber ist immer noch nicht ganz so... Wie kann ich helfen? Bereit! Schau mir ruhig zu! Dein Befehl sofort! Ja, wie seid ihr die Festung? Welcher? Ja... Wörtlich erzählt... Ich bin hier! Ich bin hier! Dann machen wir folgendes, dich nach da oben. Du, Hand auf dich! Hm? Ja? Sag, was du von mir willst. Weiter! So, jetzt ist er so zwergtot. Okay. Wie kann ich helfen? Kann ich? Ich kann das machen. Wobei, machen wir es mal so. Du dahin. Und du auch dahin. Dein Befehl in Ordnung. Wie seid ihr in die Festung? Ja, klar. Schlüssel. Mir gefällt dein Atomfall nicht. Bereit zu neuem Tag. Du schrug ihn. 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 Wie überhaupt kein Problem. Sag beeinverstanden. Wie kann vorwärts? Du schrug ihn. Ich suche mir jetzt meinen Heil in der Flucht. Ich tue es. Du schrug ihn. Okay. Doch nicht. Äh. Kann ich helfen? Sehr gerne. Was? So soll es geschehen? Das ist doch Goblin leicht. Wie kann es so geschehen? Ja, ja. Das kennen wir alles. So. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ich bräuchte halt wirklich noch jemanden. Und da ist unsere Klerikerin tot. Das bringt also auch nicht wirklich was. Wie kann ich helfen? Kann ich helfen? Was? Wenn es dein Wunsch ist? Ja, das ist doch Goblin leicht. Ich brauch dich da oben. Hä? Achso, jetzt kannst du dich wieder bewegen. Bereit zu neuen Taten! Dein Wind vorwärts! Äh. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Du kannst dich selber mal heilen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja? Und da ist sie schon wieder tot. Wie kann ich helfen? Jawohl! Erledigt! Bereit zu neuen Taten? Sofort! Was? Mit Vergnügen? Nein, gewiss! Immer bereit! Dann setzen wir mal noch einen drauf hier ein bisschen. Achso, in der Zeit kann sie ja nicht mehr zaubern. Das ist... Wie kann ich helfen? Hm? Inkandos! Inkandos! Ores! Inkandos! 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 So, ähm, wie sieht's hier oben aus? Ich seh hier oben leider gerade gar nichts. Der Rakscha-Sai ist dem Tode nah. Der auch, der ist festgehalten. Der Rakscha-Sai ist dem Tode, 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 der ist festgehalten. Oh, jetzt wurde jemand overkilled und zwar unsere Heilerin. Wie kann ich helfen? Sofort! Ja. Ja. Bereit zu neuen Taten? Das Gurken? Das Gurken? Das Gurken? Jawohl! Ist etwas nicht in Ordnung? So, die Raksha saß jetzt durch. Ich komme nirgends raus. Ich habe noch mein Handauflegen, ja. So, jetzt kommst du immer noch nicht weg. Worum handelt es sich? Wird erledigt. Brauchst du mich? Ja? Verleihung zu neuen Taten. In Ordnung. Jetzt kommst du weg. Gut. Euer Leben ist verwehrt. Eine Schande, dass ich weitergelegt werden muss. Weiter! Kommt her! Drei Erfahrungen durch den Echsenmenschen. Aber hoffentlich sehr viel Erfahrung. Also durch die Pirscha auf jeden Fall. Okay. Keine Ahnung, wie viel Erfahrung wir jetzt durch einen Raksha sa gekriegt haben. Aber sicherlich auch einen guten Batzen. Ja, die haben bald Level-Ups. Wir sind auch verdammt tot jetzt mittlerweile. Umhagen der Umaufindbarkeit. Ja, davon drei Stück. Oder? Umhagen, 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 ja. Das heißt, es war gut, dass wir bei ihm noch Zeug gekauft haben. Gut, wir wissen jetzt, dass wir hier hoch müssen, weil hier oben ist nichts mehr. Hier war nur die Küche. Hier können wir nicht durch, durch das Siegel. Und hier brauchen wir erst den Schlüssel, den wir wahrscheinlich oben finden, von dem er gesprochen hat, den wir für ihn holen sollten. Sofort! Das heißt wahrscheinlich, unser einziger Händler, den wir hatten, ist jetzt tot? Nein. Habt ihr nicht genug in den anderen Gegenden dieses gottverdammten Ortes zu tun? Müsst ihr ständig herkommen und mich belästigen? Na, eigentlich wollte ich nur gucken, was du so hast noch. Kugeln und Bolzen für den Notfall. Also war das ein anderer Hubbart? Ich müsste echt mal gucken, wem könnten wir noch Oberkrafthandschuhe geben. Weil ich trage welche. Sie trägt die der Waffenkunst, was auch gut ist. Er trägt die der Waffenfähigkeit. Hat sowieso schon eine Stärke von 19 durch was anderes. Sie trägt Ogre-Krafthandschuhe auch schon. Sie trägt Silberarmbänder, die wenigstens eine Rüstung geben. Und er trägt die Elfenhandschuhe. Ja, er braucht auch keine Ogre-Krafthandschuhe. Gut, das heißt, wir sind gerastet. Sind wieder in Top-Form. Haben Rakshasas getötet. Die mit sehr vielen nervigen Pirschan. Also ich wusste gerade auch nicht in dem Durcheinander, was ich hätte machen sollen mit meinen Zaubern. Kann ich helfen? Das fängt hier oben ja schon mal gut an. Dein Buffet, gewiss.